Dabby Harry, you'll like to see clearly now. 16 Uhr, 40 Minuten. Habt ihr's eilig? Ja? Oh, für die Leute habe ich speziell was. Und jetzt bringen wir euch aus dem 30 Sekunden Action Theater eine neue Folge. Sie heißt Dem Tod ins Auge. Barry Thun, Airbus-Pilot, ist außer sich vor Zorn. Seine Freundin, Analyse, hat eine Affäre mit dem Briefträger. Hier, du alter Schlampe! Oh, ich bin tot! Im Namen des Gesetzes, ich verurteile Sie zu... Doch bevor noch jemand sagen kann, 7625 Kilohertz im 41 Meter Band, stürmt Barry aus den Gerichtssalen. Er verlässt das Gebäude durch die Hintertür und flüttet in einem BMW M1. Ich sehe... An alle von mir reißen, grüner Auto auf der 5 Richtung Geiler-Brain. Die kriegen mich nie im Leben! Das war Dem Tod ins Auge aus dem 30 Sekunden Action Theater. Speziell für Leute geschrieben, die es eilig haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.